Herzlich Willkommen zu Death One auf dem Hive Server Ich bin etwas erkältet, was man auch, denke ich, ein bisschen an der Stimme hört Death One ist auch wieder ein Spielmodi von Gabby Smott Hier läuft man weg und rechts sind welche, die Fallen machen, Fallen stellen Und ja, so mit saveways.net war ich ja fertig Ich werde, wenn die neuen Spielmodi rausbringen, dann da auch wieder ein Video rüber machen Oh, ich bin dieser Fallensteller Geil, das war ich noch nie Dieses Spiel ist eigentlich recht cool, muss ich sagen Ja, so, hier sind diese Buttons und die müssen dann an das Ziel gelangen Während ich hier halt diese Buttons drücken kann Ich bin der Einzige Okay Ja Dann löst das hier diese Fallen aus Und jetzt müsste es den Augenblick losgehen In 16 Sekunden Oh Oder doch noch nicht 8 7 6 5 4 3 2 1 Und Go Und weg Ups Wir haben es tatsächlich geschafft Und weg mit denen Perfekt Und Die schaffen es rüber Und 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 Komm, komm Und die laden sich halt Immer auf Och man Den habe ich nicht Die habe ich So, die habe ich auch Mann Den habe ich nicht War so schnell Okay Warte ich mal eben hier So, schnell hoch Mist, Mist, Mist Mist, Mist, Mist Er ist schon so weit vorne Oh mein Gott, ey Mist Mist, 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 Mist So Was ist er Was ist hier nur welche So Och man ey Ich glaube ich war nicht ganz so gut Mist, 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 Mist So Ich habe 31 Kills Momentan So Kommen die eigentlich noch oder nicht Ja da ist noch jemand So Den haben wir weggesprengt Und jetzt Mal gucken Mal da hätten die Falle reingeht Mann, 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 Mann Der ist schon wieder tot Ich glaube jetzt ist der komplett raus Ne, darf nicht Okay So Okay Ähm wie viel Kids habe ich Ich habe Naja Genug Das war es mit Deathrun Sorry Aber ich bin erkältet Da möchte ich jetzt nicht So lange Videos machen Ja Dann sehen wir uns morgen In Survival Games wieder Auf den Hive.net Server Ja und ich freue mich Bis dann Ciao Ciao Vielen Dank.